Ich hole jetzt meinen großen Bruder. Hallo und guten Morgen. Vielleicht kennst du folgende Problematik. Irgendetwas erscheint für dich völlig logisch, aber dein Gefühl sagt dir etwas vollständig anderes. Ich habe das in meiner Beziehung zu Gott auch erlebt. Mir ist völlig klar, dass ich ein Kind Gottes bin, weil ich an ihn glaube. Das wird auch genau so in der Bibel gesagt. Wenn ich aber ein Kind Gottes bin und Jesus Gottes Sohn ist, dann sind wir beide Brüder. Logisch. Aber genau dieser Punkt war für mich völlig unbegreiflich. Ich soll Bruder des Königs der Könige sein. Ein Bruder desjenigen, dem gegeben ist, alle Macht im Himmel und auf der Erde. Das ging mir ehrlicherweise dann doch zu weit. Und vor kurzem habe ich das in einem Gebet Jesus auch so gesagt. Seine Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Lass uns einmal kurz die Szene wechseln. Kennst du den Hebräerbrief? Das ist wohl der Brief im Neuen Testament, mit dem ich mich am schwersten tue. Ständig wird Bezug auf das Alte Testament genommen und eine Verbindung zum jüdischen Glauben gezogen. Damit konnte ich bisher nicht allzu viel anfangen. Ich weiß nicht, wie es dir mit diesem Brief geht. Diesen Brief habe ich im Oktober über zwei unterschiedliche Lesepläne fast parallel gelesen, also zweimal gelesen. Und dabei haben mich ganz viele Passagen neugierig gemacht und ich wollte mehr darüber wissen. In der Buchhandlung Trio wurde mir das Buch Hebräerbrief für heute von N.T. Wright empfohlen. Ziel ist es, dem heutigen Leser den Brief näher zu bringen, durch eine moderne Übersetzung und durch Erläuterungen zu den einzelnen Abschnitten. Wenn du mehr über den Hebräerbrief wissen möchtest, kann ich dir dieses Buch nur empfehlen. Jetzt fragst du dich vielleicht, was hat dieses Buch mit meinen Schwierigkeiten zu tun, Jesus als meinen Bruder zu sehen? Vor ein paar Tagen habe ich einen Abschnitt aus dem zweiten Kapitel des Hebräerbriefs gelesen, der meine Frage vollkommen und eindeutig beantwortet hat. Es geht in diesem Abschnitt, ab Vers 11, um Jesus als den Messias. Er, der andere heilig macht und alle, die durch ihn heilig gemacht werden, gehören nämlich zur selben Familie. Darum schämt er sich auch nicht, sie seine Brüder und Schwestern zu nennen, wenn er sagt, Ich werde meinen Brüdern und Schwestern deinen Namen bekannt machen. Mitten in der Versammlung will ich dein Lob anstimmen. Und ein wenig später. Hierbei sorgt er sich offensichtlich nicht um Engel, sondern um Abrahams Familie. Deshalb musste er in jeder Weise gleich werden wie sie, seine Brüder und Schwestern. Eines ist mir beim Lesen dieser Verse klar geworden. Für Jesus bin ich, kleiner, unbedeutender Mensch, ein Bruder. Ein Bruder, für den er Fleisch und Blut angenommen hat und in den Tod gegangen ist, damit dieser Mensch, damit ich, wirklich Gottes Sohn werden kann. Und genau das gilt auch für dich. Du musst nur daran glauben. Dass Jesus wirklich mein Bruder ist, ist eine weitere Facette in dem Bild, das ich von Jesus habe. Jesus wird für mich immer und in erster Linie mein Retter und Erlöser sein. Er bleibt für mich der König der Könige und der Herr aller Herren. Aber es ist gut zu wissen und sehr tröstlich, dass ich nicht nur mit allen Sorgen und Nöten zu meinem Bruder kommen kann, sondern dass ich nicht nur zu diesen Sorgen und Nöten, sondern sogar bei Anfechtung des Teufels sagen kann, ich hole jetzt meinen großen Bruder. Ich wünsche dir einen gesegneten Tag. Ich wünsche dir einen Tag.